Es macht ja aus dir keinen anderen Menschen. Also so, du bist ja genau die gleiche. Vielleicht mit einem cooleren Accessoire, aber sonst änderst du dich ja nicht. Ich bin die Rebecca, ich bin 20 Jahre alt und ich komme aus der Nähe von Salzburg. Es war ein Mopedunfall. Im Gegenverkehr hat jemand überholt und da ist uns eben dann frontal reingefahren. Ich war zwei Monate im Gefahr früher und ich glaube, ich habe sicher nach einem Monat angefangen mit der Prothese zu gehen. Mittlerweile gehe ich wieder gleich schnell wie früher und ich kann auch überall mithalten und das passt gut so. Die Idee für die Abschlusskollektion hat auch ganz, ganz früh angefangen. Also die Kleider sollen so ein bisschen die Vielschichtigkeit und die Selbstfindung in unserem Leben darstellen. Ich glaube, dass du alles ausprobieren musst und du solltest es auch ausprobieren, weil entweder es funktioniert oder es funktioniert halt nicht. Und wenn es nicht funktioniert, kannst du immer nur sagen, du hast es wenigstens probiert. Also du kannst eh nur was Positives draus ziehen.